Was geht ab Leute und willkommen zu einem neuen Video. Heute habe ich mal etwas ganz besonderes vor. Ich hatte ja sowieso vor, jetzt endlich mal wieder regelmäßiger an den Wochenenden hochzuladen, weil ich es glaube ich jetzt die letzten 3-4 Wochen nicht getan habe. Und auch mal ein bisschen Abwechslung in den Kanälen. Ich habe ja die letzten Wochen eigentlich nur FIFA hochgeladen, was eigentlich nicht mein Ziel ist. Weil eigentlich möchte ich auch mehr vloggen, so wie heute zum Beispiel. Und heute habe ich wirklich alles spontan und kurzfristig. Also ich bin gerade am Müsl essen, deswegen ab und zu verschlucke ich mich mal. Heute habe ich sehr kurzfristig und spontan die Gelegenheit bekommen, RB Leipzig gegen Bremen zu gucken. Richtig geil, hat sich alles wirklich total spontan ergeben. Aber ich fahre da heute mit Finn hin, wird auf alle Fälle richtig geil. Eigentlich bin ich ja eher der Chelsea, also ich bin ja eigentlich Chelsea-Fan, ich gucke eher Englisch-Liga, weil ich finde es da halt spannender, zum Beispiel oben rum im Meisterschaftskampf ist das halt alles offen. Da gibt es halt 5, 6 Teams, die da die Meisterschaft gewinnen können. Aber in Deutschland, ja, Bremen auf alle Fälle ganz oben dabei ist ja, ich glaube 40 Kilometer, 45 Kilometer ungefähr. Mit dem Zug fährt man knapp 45 Minuten, eine Stunde hin. Also ja, darf man auf alle Fälle öfters mal hin. Ich muss kurz mal anwechseln, WTF. Und ich habe da mega Bock drauf, ich war, glaube ich, schon anderthalb, zwei Jahre nicht mehr im Stadion. Also heute wird es auf alle Fälle wieder Zeit, dann gegen Leipzig. Gutes Gefühl, also ich glaube, immer wenn ich im Stadion war, die paar Mal haben wir, glaube ich, hat Bremen, glaube ich, immer gewonnen. Also habe ich ein gutes Gefühl heute und, yo, ich bin gespannt, wie das Video wird, ob ich da vielleicht sogar ein paar Tore aufnehmen kann. So, ich würde sagen, das soll es für das Erste gewesen sein und ja, wünsche euch viel Spaß beim Video. So, sag mal an, was glaubst du, also 3-1 glaubst du? 3-1. So, natürlich, wie immer, McDonalds muss am Set sein. Ist ja schon, wie gesagt, ist schon bei mir länger her. Ich glaube, das letzte Mal war, Alter, wann hat Bremen gegen Mainz geschrieben, muss ich echt nachdenken. Hier ist ja. Ich glaube, ist klar, aber ich glaube, das letzte Mal vor... Bestimmt, boah, anderthalb, zwei Jahre, glaube ich, das letzte Mal im Stadion. Also heute wird geil, definitiv. Ich glaube, erst mal gute Meckes-Gönung. Oh, das ist nicht nur das Stadion. Oder nicht? Oder was hast du gehört? Ich würde sagen. Weißt du, was ich noch gehört habe? Timo Werner, das ist unser. Moin! Endlich dabei! Chillig! Ich glaub... Ich weiß gar nicht, wenn ich scharf. Was haben wir jetzt? Viertel nach? 20 nach? 20 nach! Boah, let's go! Züch! Züch! Züchel! Züchel! Alter! Der ist ja leider falsch, ne? Der blöde Penner, ne? Das Tinker, der Schöch stimmt. TSNT PENER!!! TSNT PENER!!! Ah, schade. Oh, da war der Tunnel! Oh, der Voll! Also! Es war zu knapp so! Jetzt mal ein Konter, jetzt mal ein Konter! Oh, stop! Oh, starker! Ja, ja, ja! Ja, jeder gibt es raus und ihr seid schon so cool, wenn ihr weiß, was espächtt ist Sex nicht. Aber kann man nach EVER re Ja, bei den Tiefen, der der deutschen Meister provokiert der Statt, ja bei mir, aber noch nicht. Ja, bei den Tiefen, der der deutschen Meister provokiert der Statt, ja bei mir, aber noch nicht. Jawoll, jawoll, sauber, Jungs! Tag, Junge! Fels in der Brandung, Junge, der Lady, Gold wert. Ganz stark, Junge! Der ist so geil, ne, die Lady, ohne Scheiß. Der ist so geil, der Typ, echt. Bester Mann heute. So! War gut aufgeregt, ne? Yes! Dann muss ich weitergehen. 2-1 ziehen. 2-1. Ja, genau. Oh, mein Atem ist ja alles. Tief! Soll! Ja, die Spossen! Ja, die Spannung. Oh, mein Atem ist zu. Ja, die Spannung. Deine Spannung. Sieg! Applaus 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 Geiles Ding! Nein! Nein! Die Lady, beste Mann, heute. Bring ihn rüber! Ja, komm! Nein! Komm! Ja, komm, 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 komm! Jawoll! 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 Okay, alright, okay. Hey! 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 Hey!